ich glaube es wäre gerade mal gar nicht mal so eine schlechte Idee ich habe noch nicht mal ein ich habe noch nicht mal eine Fackel dabei ey warte man kann doch Lava benutzen um Scheiße anzutreiben wie Scheiße um Ofen anzutreiben oder? ja ein Lava Eimer mach ich mal mach das dann kippst du die Lava auf den Boden aus nein das wäre es noch so also na Spitzhack macht man seit neuestem mit Cleanstone natürlich ja man ja und ich sollte mich unbedingt mit dem Cleanstone jetzt auch nach oben bauen was bin ich denn meet Cooked Chicken ja so es ist eindeutig zu dunkel hier so damit ihr auch was seht es gibt ein plug-in mit dem kann man muss man rechtsklick auf der schuhe mal linksklick auf der truhe machen ich glaube im stick oder so und dann sortiert die sich automatisch und dann im inventar sortiert die gleich mit also und tut auch alles rein in die schruhen und dann baue ich mich halt mit dem holz wieder hoch endlich sind wir das opfer los jetzt können auch gescheit spielen ich hab's gehört ich sag jetzt einfach mal nichts mehr ja mit schaufel stein was gibt es zu labern irgendwas ja blockhütte wie machen wir die ich hätte mir gedacht blockhütte aus blöcken also aus allerdings wie heißt es wie heißt jetzt verdammt sag's mir genau du sagst mir und dann geht es wieder auf 60 hoch ach ich kann noch nicht mal sprint das ist eine sehr gute idee ohne sprinten zu können ohne irgendwas hier rumzulaufen bei der tageszeit bin ich jetzt eigentlich gemutet oder geentmutet du bist entmutet der kann das gleich nicht beraten raw beef jetzt geht's über slaggie ja das nach drei jahren aufziehen doll ich kann wieder sprinten schnelligkeit pauschen mitnehmen trinken auch so ich komme mal also bist du und er doch ich gehe hoch und holt den clean stone das wieso clean stone für blockhütte hast du schon ort gefunden aber ich hab schon künstler in den ofen also beziehungsweise koppelstern für clean stone ich gehe ein bisschen mit monstertöten erfahrung ich wette ich wette du stirbst in dieser aufnahme noch mhm 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 bin bis jetzt noch nicht gestorben echt nicht nein ich bin glaube ich der einzige der noch nicht gestorben ist bin ich schon gestorben? ich weiß es gar nicht mehr bin ich schon gestorben 2 sticks clean stone 2 sticks clean stone 2 sticks clean stone 2 sticks clean stone ok gibt's jetzt eigentlich auch schon verschiedenfarbige ähm treppen nein noch nicht kommt es in irgendeinem update in 1.3 natürlich ja ist es schon äh in dem in irgendeinem snapshot drinnen ja ok also ich zumindest gibt's schon hafschlepp ich denk mal dass sie dann auch treppenstufen machen werden ja dann bauen wir das dach noch nicht ah ja und ich mach wieder ich bin doch nicht tot du bist schon level 11 ich bin level 8 nee alter was diese skelette für reflexe haben inzwischen das ist ja echt nicht normal was dieser scheiß leckt manchmal das ist nicht normal 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 ey ich würd sagen du kommst vielleicht mal hoch und gehst pennen nein 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 halt stoff creeper wo bist du eigentlich halt stoff in der wüste das gibt mir eine sehr genaue ortsangabe ah ich seh dich ich komm mal zu dir ich bin noch nicht einmal getroffen d das ist ja du bist ja so ich bin schon ich bin noch nicht ich bin noch nicht ich bin noch nicht halten da gerade ernsthaft zombies mehr aus als creeper ja eben nein verdammt die wüste ist ganz geil eigentlich scharf oh mein gott hallo 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 tschüss das macht man mal spielen augen für den trank wo du keine ahnung ich habe immer nur die grumtränke gemerkt wie geil wär das bitte wenn wir hier so ein mushroom biome finden würden das wäre schon cool was denn das da auch lava es gibt ernst wie der sich sieht wo man direkt in so einem scheiß board spinne auf 11 uhr von mir so von dir aus xp meins so schaut's aus scheiß sniper skelett du bist im sprung und es trifft dich losgut da aus dem herz ich habe mal wieder was essen m nach mich nicht ich würde sagen wir bewegen uns langsam wieder zurück und nimm die Monster auf dem Rückweg noch mit. Den da nicht. Das ist noch eins für die Zombies. Das ist freie Erfahrung. Ich hab ne Katze. Ey, meine Katze hat sich zu mir gepäht. Sie wollte mich beschützen. Ja, sicher. Oh, jetzt brauchen sie auch noch. Die Katzen, oder was? Hui! Nein! Ich hab sogar zwei Katzen. Geil. Goal. Das muss jemand keine Angst mehr vor Creepern haben. Los, Creeper, renn vor mir weg. Los, Creeper, renn in meine Arme. Komm, Creeper. Katzis. Ey, du bist doch so lame. Was? Ich will XP. Ich will mal meine Katzen zu fahren. Mach das doch doch meine. Besser als in unserem kleinen Kiefig-Haltung da oben. Ah. Und ich suche da mal einen Platz fürs Block H. Katzi. Katzi Sitz. Katzi Sitz. Oh. Alter, ich hab' entviele Knochen. Ich mach' erst mal Brot. Weil erst mal mach' ich die... Ich hab' entviele Knochen. Ich mach' erst mal Brot. Ja. Nein! Boah. Was hast du getan? Danke, Liane. Oh, ne. Tja. Kannst dich noch an die Schlucht erinnern? Oh, ne, ja. Wo ich dich reingeschubst hab? Ich weiß gar nicht, ob das die war, oder ob das die auf dem Tagebuch war, wo du mich reingeschubst hast. Nein, das war die im LP, wo ich unter diesem Blatt abgebaut hab. Ach so, ja. Dann war's. Am Schuh auch untergeschubst. Danke nochmal. Ja, bitte. Hab' ich gern nochmal. Es ist endlich viel Brot fertig. Äh, Weizen. Keine Ahnung, ich hab's noch nicht. Ähm. 29. Okay, war doch nicht mehr. Ja, doch, geht schon. So, hier, so geht doch, ja. Keine allzu große Hütte, vielleicht halt mit nem Keller. Ja, hier, hier passt das. Ich hab' keine Schaufel dabei. Tja. Hm, oder? Ich weiß nicht, oder? Katze! Katze mit zwei Babykatzen. Und ich hab' keine Angel dabei, um ihnen den Haken durchs Maul zu kriegen, zu rammen und sie an meiner Wand aufzuhängen. Verdammt. Tja. Ah, da und ist doch ein Lavasee. Kann ich jetzt mal mal scheiße verbauen, den ich brauch. Ich kriege sie direkt neben dem Höllnportal, wo's ein Lava. Brau' ich. Brau' ich. Schaufel. Brau' ich. Ich bau' ne Schaufel. Zu spät. Schubelkirchen behalte ich. Ja, haben wir in unserer allerersten Season überhaupt keine keins gefunden. Ist das endlich ein Kürbisgewachs? Oh mein Gott, ja, nur Kürbisse. Und keine Melonen. Nein. Okay, ich geh's in'n Cave. Ja, warte doch auf mich, ich will vielleicht mitkommen. Nee. Hm, das war da drüben so schön, aber das war nicht im Dschungel. Haben wir Flint? Weiß ich nicht. Und ein paar Federn. Hier ist noch ein See. Auch nicht. Jetzt ist so umständlich in das Haus da hochzukommen. Alter, das ist ja schon fast neu. Wie lange haben wir's schon aufgenommen? Ähm. Eine Stunde. Äh. Ähm. Äh. Gute Frage. Keine Ahnung. Sehr gut. Kann ich nicht nachschauen. Sehr gute, genaue Angabe. Was? Kann ich nicht nachschauen? Ist doch ne korrekte Antwort. Ja. Hier haben noch zwei Flint. Zwei. Okay, das könnte vielleicht ein bisschen weit weg sein, aber es passt. Hier kommt sie hin. Ah ja. Na, ich hab ja keine Schaufel. Ich brauch noch mehr Fackeln. Okay, dann kommt da rein. Da war ich nicht. Wir wurden Planks nicht. Jetzt auch noch nicht mit. Jetzt will ich noch den Stecks facken mit Sand. Nämlich mit. Ist die die Sonne nicht noch da? Ich glaube, ich laufen so viele Katzen rum gerade. Das ist echt abnormal. Unnormal, ey. Nein, abnormal. Ja, ich brauche noch was. Warte, ist hier irgendwo noch essen? Nö, dann geh ich noch mal schon runter. Warte, warte, wenn ich erst mal noch ein paar spinnen Augen und alles mit. Spinnen Augen kommt mit. Gunpowder kommt mit. Boah, das hat man jetzt gleich wieder keinen Akku. Boah, kotzen. Tja, kenne ich. Muss anstecken, warte mal. Warte, ich... Ich bin da gleich mal kurz gemutet. Jo. So. Also ich fülle das jetzt hier gerade übrigens mit Erde auf, damit das ein bisschen besser aussieht. Ah, du läckst. Ja, gleich dürfte ich nicht mehr länger. Wann soll gleich sein? Ah, jetzt. Na, immer noch nicht. Doch. Los. Wow, Lava. Ich bin fast nicht Lava gefangen. Nö. Maxi, das nervt. Das rauscht total. Danke, besser. Immer noch. Ah, das Spiel leckt so total, im Moment. Keine Ahnung, woran das liegt. Ja, mach's mal, vielleicht weg. Ja, wie denn? Ja, für ne Aufnahme ein bisschen ungünstig. Ist ja lustig. Warte mal kurz. Oh, 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 warte mal kurz. Untertitelung des ZDF, 2020